Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute gucken wir uns den Rhinoceronte, den neuen italienischen 10er Heavy, der gerade auf dem Supertest ist, in der ersten Variation an. Und zwar gucken wir uns einmal die Werte und dann zeige ich mal sein Gameplay und meine Meinung dazu. Also, wir haben im Vergleich zu den 8er Besonder Premium nur noch 3 Crewmitglieder, dadurch hat man hier das Problem, dass der Kommandant halt sehr viele Skills braucht, also Waffenbrüder, Lampe, die beiden Sichtskills und die Reparatur kommt dann erst als 5. Skill bei mir. Das ist ein bisschen nicht so geil, finde ich. Dagegen hat er natürlich der Rechtsschütze, das enorm leichter, da kommt Waffenbrüder, Snapshotting, da kann schon Reparatur als 3. sein und, achso, und der ist auch halt der Ladeschütze. Also kann man hier auch nochmal die sichere Ladung drauf machen, würde ich machen. Ich habe jetzt mit dem Panzer 7 Gefechte gemacht und in einem ist vor mir ein Rhinoceronte Full Happy weggeflogen, also besser haben als brauchen. So, und dann bei der Fahrerin haben wir Waffenbrüder, fahren wir auf Skien und ich habe noch Geländespezialist und dann Reparatur gemacht. Und danach auch noch den Wendigkeitsskill, weil die Beweglichkeit auf dem Panzer lässt, zu wünschen übrig. Ja, gucken wir uns mal seine Feuerpower an und zwar haben wir hier, was die Munition angeht, mit APCR 268 Durchschlag, was wirklich sehr gut ist quasi. Und die Fluggeschwindigkeit ist auch top mit 1452, es ist aber halt APCR als Standard. Und als Heat haben wir dann halt die 325 BAN, aber die fliegt nur 756 Meter. So, der Manko daran ist, der ganze Clip lädt fast 47 Sekunden nach, was wirklich sehr, sehr lang ist. Wir haben zwar 490 Alpha, ja, aber wir laden sehr lange das komplette Clip durch. Dazu hat der erste Schuss überhaupt schon 14 Sekunden Nachladezeit, was enorm viel ist. Und Panzer mit dem gleichen Alpha mit Single Shot laden in unter 10 Sekunden nach, das ist schon ein Riesenunterschied. Dadurch ergibt sich halt auch nur ein 2124er DPM mit einer erbeuteten Lüftung, schon und einer Lüftungsdirektive und Ration natürlich, ist der DPM bei 2.000, also man kriegt in der Minute gerade mal einen, ja eigentlich nicht mal wirklichen Panzer raus. Während der T57 Heavy beispielsweise mit 3.400 passt schon bald das Doppelte hat und der hat nur eine normale Lüftung. Wenn man da jetzt noch eine erbeutete reinsetzt, eine Direktive, kommt das nochmal ein gutes Stück höher. Es sind selten Unterschiede, der Kranwagen genauso, 3.200, also der DPM auf dem Teil ist sowas von unterirdisch. Das ist, also überhaupt. Aber gehen wir mal weiter. Wir haben minus 10 Grad Gun Depression, das ist mal wirklich das Coole dabei. Wir haben 1,72 Aim Time und 0,28 Depression auf 100 Meter, also die Zielefassung. Er hat 2.000 HP, 190 Turmpanzerung, 135 Pulldown-Panzerung, dafür gehen wir gleich mal in das Denkmodell und gucken uns den mal genau an. Mobilität, ja wir fahren 40 nach vorne, es ist schon da sehr wenig, nur 15 PS und er ist auch wirklich nicht mobil. Und da ist schon die Frage, ob man jetzt vielleicht einen Turbolader drauf macht. Sein anderes Problem ist, die Kanone, auch wenn die hier mehr oder weniger genauer sieht, hat wirklich sehr schlechte Stabilisierungswerte. Und eigentlich sind die beiden schon auch wiederum Pflicht, vor allem, dass der den auch noch ein bisschen manövrierbarer macht. Ist halt auch nicht so geil. Die Kranung ist nicht vorhanden und wir haben hier 460 Meter Sichtweite durch die beiden Lüftungsdirektiven. Alle Perks, Waffenbrüder, was Sichtweite angeht, ist das schon okay. Ja, gucken wir uns jetzt nochmal sein Collision-Modell an und dann gucken wir uns mal ein Gefecht an, wie er dann performt. So, und hier sind wir bei seinem 3D-Modell und gucken uns einfach mal an, was er hat. Also, das Geile ist, hier haben wir so eine absorbierbare Panzerung und hier, also wenn man ihn jetzt anwinkeln möchte, kann man hier bouncen. Der Fail ist aber dabei, die Wanne bouncet nicht und man wird hier sehr schön durchschlagen. Ich habe jetzt hier die APCR von ihm drin. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eh gegen Heavy spielt und eher gegen Heat spielt, dann, ja, ist hier alles durchschlagbar. Hier natürlich nicht. Wenn man den Turm jetzt frontal vor sich hat, kann man ihn hier, wenn man genug Durchschlag hat, einfach reinschießen. Dadurch ist die Panzerung nicht vorhanden. Hier oben, diese Kuppel ist komplett durchpennbar und die Kanone ist quasi so der Schutz. Hier ist nochmal so ein bisschen mehr Panzerung, aber das ist auch nicht viel. Also quasi, er hat Panzerung, er bouncet auch mal was durchaus, ja, aber es ist nicht viel. Und 190 Millimeter, wenn man ihn overwinkeln würde und dann hier auf 320 gehen würde, dann hätte man schon 50-50. Und selbst da hat man das Problem, dass jeder Zweite quasi einen durchschießen kann. Ein 10er TD würde da drüber lachen, den einfach durch den Turm rotzen. Für einen Panzer, der schon eh keine DPM hat, hat jetzt auch noch keine Panzerung. Ja, so, und lass uns einfach mal das Ganze im Gefecht angucken und wie das in der Praxis aussieht. So, und hier sind wir auch schon wieder in dem Replay. Natürlich hier das Server mit EU und Ruhe im Namen, sogar einer von den armen Gegner-Team. So, und ich rolle gleich auch noch ein bisschen im Chat, indem ich schreibe, das ist der neue Chief, weil der Panzer in meinen Augen so abgrundtief schlecht ist. Also, wenn Wargaming das wirklich so rausbringen will, dann ist das einfach ein schlechter Witz, weil den Panzer kann man nicht ernst nehmen. Er wird auch in Random, nur solange gut sein, solange die Leute noch nicht wissen, dass man, sobald man Gold lädt, den Panzer komplett aus ins Spiel nimmt. Und ja, wir fahren hier mal nach rechts. Das Problem ist auch, wir werden es gleich einfach direkt sehen. Ich werde, glaube ich, nicht einmal drei Schuss durchladen, weil ich einfach so lange Zeit gar nicht habe. So, ich habe da mal eine Möglichkeit zu schießen. Da, die versucht man natürlich alle mitzunehmen, man lässt jetzt nicht quasi Gegner einfach ohne irgendwas davon. Manche davon sind auch vielleicht nicht notwendig, aber wir sind ja auf dem Test, aber wir möchten mal die Genauigkeit des Panzers sehen, die Panzerung und so weiter. Und deswegen, hier gehen die Gegner schon mal auf. Wir sind auf meiner Kamera die Grille kassiert und wir treffen sie. Auch wenn man jetzt gesehen hat, ich habe mittig gezielt, der Schuss ist eher ein bisschen weiter rechts geflogen. Und schon haben wir wieder nur eine Mumpel drin, die dann auch noch 17 Sekunden theoretisch nachlädt. Wir haben halt natürlich den Zulademechanismus. Hier ist es eben möglich, dass halt, auch wenn erst sieben Sekunden sind, noch mal zu schießen. Hier schieße ich auf den Skoda nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn penne, liegt in meinen Augen so bei null. Der Kinderwehr versteht, wir haben zwei geladen und wir verschießen. Ich würde mal sagen, die meisten Panzer hätten da doch eher getroffen, auch wenn RNG natürlich mit dem Spiel ist. Aber das ist jetzt wirklich nicht einmalig. Ich habe sieben Gefechte mit dem gespielt und ich bin in den sieben Gefechten nicht einmal davon überzeugt gewesen, dass der Panzer irgendwas kann. Zum Glück ist es nur die erste Variation des Testservers, das kann sich ja noch ändern. Objekt 430 fährt da zum Beispiel jetzt nicht raus, wir gucken nach vorne. Wir haben jetzt doch tatsächlich alle drei geladen und können uns mal hier angucken, was hier so passiert. Der 60 tp fährt raus, wir geben ihn in die Unterwarnung, schaffen es hier sogar noch gut zurück zu kommen und hier bauen wir uns da schon mal den ersten Schuss. Ich stand drüber, er hat auch wenn er mit Heat geschossen hat, hat der Rhinuzeronte nicht die beste Heatpen. Und dadurch hat es funktioniert. Er ist auch halt schön hier an der Schräge noch gebaut, wo man jetzt nicht die beste Möglichkeit hat, wenn man über dem Panzer natürlich steht. Okay, hier haben wir gerade wirklich den Panzer gesnappt, das war halt RNG, man kennt es. Und hier kommt der nächste Punkt, hier ist ein Rheinmetall-Panzerwagen. Wir fahren raus, dafür dass die Kanone gerade nicht runter will, liegt die Mumpel auch noch daneben. Natürlich, also unangenehm mit dem Panzerschießen ist quasi, als wenn man mit dem Kinderwerfer versucht, irgendwas zu treffen während der Fahrt. Hier sieht man, wie der Kinderwerfer trifft, wenn er nicht in der Fahrt ist und der Leiter ist raus. Fand ich richtig cool, dass der Kinderwerfer ihn da wirklich getroffen hat. Unwahrscheinlich, aber möglich. Und ja, wir stehen jetzt hier, haben uns ein bisschen zurückgezogen, versuchen hier natürlich ein bisschen was zu defen. Versuchen, ich will natürlich auch die Panzerung natürlich auf jeden Fall austesten, denn auch wenn es nur der Testserver ist, kann die Panzerung ja durchaus auch trotzdem gut sein. Hier sieht man wieder, man kriegt die Leute gepennt, es ist ja möglich, aber man ist gezwungen auf dem Panzer tatsächlich sehr viel Gold zu schießen, weil man gezwungen ist durch die schlechte Kanone, durch die schlechte Stabilisierung und Genauigkeit einfach wirklich nur im Nachkampf zu spielen. Also ich habe nicht die Chance, jetzt mich, keine Ahnung, hier hinzustellen und sagen, ich werde von hier hier rüber eilen. Also dann, dass der Panzer da was trifft, ist einfach nicht vorhanden. Der Achter dagegen ist echt cool, ich habe zwei Gefechte gemacht, bin voll überzeugt von dem nach zwei Gefechten. Entweder es waren sehr gute Gefechte, aber er sah wirklich sehr cool aus, mit Nachter zu spielen. Der könnte durchaus halt viel Spaß machen, der Zehner bis jetzt, so wie er jetzt ist, auf jeden Fall nicht. Ja, wir sehen, ich habe auch 1420 sogar gebounced bekommen, also es ist möglich mit dem zu bouncen, bin sogar noch Full HP, was schon quasi wie ein Traum ist, aber hier pennt uns das Mäuschen seitlich in den Turm, hier ist natürlich kein Problem. Bis jetzt sieht das gar nicht so schlecht aus, also in dem Gefecht an sich können wir uns natürlich hier gut treffen, wir müssen bedenken. Der Testserver sagt oft auch nicht viel aus, weil die Leute nicht so spielen wie in Random. Es ist ganz klar, es passieren sehr viele dumme Sachen auf dem Testserver, sehr viele Sachen, die keinen Sinn machen. Hier versuche ich mal die Maus zu pushen, habe den Schuss hier sehr sehr dumm gesetzt, der kostet mir am Ende auch den ganzen Panzer quasi. Wir fahren hier raus, ich habe hier tatsächlich sogar Angst, die Maus in die Backe zu schießen, weil ich nicht will, dass ich da nicht durchkomme. Ich gebe hier lieber einen auf sicheren, der gibt mir dafür einen zurück. Werde ich hier auf die Tracks gesetzt, es kommt ein Panzer, ein Metallpanzerwagen und es ist durch, der Renoceronte kann es natürlich machen und wir sind quasi jetzt raus. So, wir haben 3800 Schadensucker geschafft, zwei Spot, 14 blocken, das war wirklich eine gute Runde mit dem Panzer bei mir. Aus den sieben gab es nur eine, wo ich mehr Schaden gemacht habe. Was mich an dem Panzer wirklich sehr stört, ist auch, er hat eine richtig gute APCR und man kann die einfach absolut nicht benutzen, weil es ganz klar ist, wenn ich gegen Heavy spiele, will die APCR nicht zu nutzen sein. Ich kann die Heavies nicht so gut einaimen, ich kann nicht auf langen Distanz spielen und da bringt mir die Schussgeschwindigkeit, also die Shell Velocity von 1500 beinahe, einfach gar nichts. Und dann hat man auch noch den Punkt, dass man dann die Heat laden muss, die dann sehr langsam ist. Das heißt, ich kann zwar gut gegen Heavies wohl spielen, im Nahkampf ist die Schussgeschwindigkeit dann doch nicht mehr so fatal, aber im Nahkampf hat der Panzer auch nicht wirklich Panzerung und er hat auch kein DPM. Das heißt, wenn ich jetzt 101 gegen eine Maus spiele, zum einen hat eine Maus hier 3300 HP, während der hier nur 2000 hat, zum anderen habe ich auch nur 2000 DPM, während die Maus mich aus dem Leben nimmt. Und ich müsste eineinhalb Minuten, über fast zwei Minuten gegen die Maus spielen. Okay, wenn man jetzt natürlich den dritten durchgeladen hat, kriegt man das noch runter, weil es ja ein Magaziner dann im Endeffekt ist und man kann am Ende noch diese 1500er Clip geben. Aber das wird nicht zum Vorschein kommen und der Panzer wird auch wirklich nicht gut performen und auch keine, wenn er so rauskommt, keine guten Stats haben. Ja, ich hoffe, ihr könnt meine Meinung auch teilen, wenn nicht, dann bitte sagt mir, wie ihr den Panzer findet, wenn ihr ihn schon getestet habt. Das würde mich wirklich sehr interessieren, denn ja, es waren auch nur sieben Gefechte, es kann sein, dass ich auch wirklich nicht das Gefühl für den Panzer habe, obwohl ich eher schon sagen würde, der Panzer ist wirklich einfach nicht gut. Ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.